Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag der Minecraft-Warum. Wir spielen heute eine Runde Trouble in Minecraft und wir haben hier schon die Sniper. Das ist sehr schön, ich mag die Sniper. Wir sind ja eher für die Minigun, aber ich bin da eher der Sniper vergeben. Ich habe schon ein paar Runden gespielt, wie man sieht. Ich habe 13.000 Karma, bin jetzt auch nicht mehr in den Top 1000. Aber ist okay, denn ich hoffe, wir werden Traitor. Traitor sein ist schon ein bisschen großartig. Dann kann man nämlich auch mal den Detective. Detective ist auch witzig. So. Rotschopf, ja? Da stecke ein Rotschopf dabei. Was machst du denn hier? Okay, Rotschopf war sogar. Versuch's doch einfach noch einmal. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag der Minecraft-Warum. Okay, meine Mates sind vielleicht nicht die schlausten, aber der ist mir ganz sicher. Hey, Idiot, natürlich ist er. Versuch's doch einfach noch einmal. Wir haben den dritten Tag der Minecraft-Woche. Es ist ein Kollege. Schlaft sich hier was aus Leder. So, dich habe ich. Okay, oh shit, wie habe ich das überlebt? Herr Adolf Hitler? Okay. Ich habe passenderweise gestern erst wieder da gesehen. Großartiger Film an der Stelle. Herr Adolf Kittler. Du Hunde. Versuch's doch einfach noch einmal. Es ist der dritte Tag der Minecraft-Woche. Sehr großartiger Film. Kann man schon schauen. Oh, okay, da war ich nicht so großartig denn. Versuch's doch einfach noch einmal. Alles Arschwiese. Alles Noobs. Alle blau und gelb. Alles klar. Und damit herzlich willkommen zum dritten Tag. Und da habe ich gestern ein... Was zur Hölle? Geht mit dem Boy. Wow. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen. Oder am Ende sogar noch mal voll deep. Worüber man dann nochmal nachdenken und diskutieren konnte. Und das war dann auch nochmal toll. Denn, äh, solche Filme sind toll. Die witzigste Stelle war, als er einen Hund erschossen hat. Aua. Au, au. Okay, Minecraft ist großartig. Sag mal, das Spiel gibt es jetzt schon so lange. Warum gibt es immer noch so Sachen wie zurückbacken? Verpiss dich? Oh, okay. Ich habe halt eine Schare. YouTube. Das ist ein Untermensch. Bessere... Ne. Ha. Ich habe eine bessere Cadillou. Versuch's doch einfach noch einmal. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen. Tschüss. Hau ab. Ich habe es dich. Tschüss, dude. Befolgt er mich jetzt? Ah, okay. Das war, was ich wollte. Jetzt töte er mich. Okay. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen. Großartiger Film, muss ich sagen. Ja, tschüss. Wer bist du? Auf zu targeten? Das ist unschön. Das ist echt dezent unschön, wenn Menschen mich targeten. Demnach lassen wir den blöden Huren so mich mal targeten. Solche Leute, ne? Greif den anderen an, du Idiot. Ey, ich kriege so Aids davon, ne? Da kriege ich gerade send Aids von. Ich höre die ganze Zeit hinter mir die Schritte. Solche Spasten. Hey, ist das gerade dein Ernst? Jetzt verfolgen mich zwei Leute also, ja? Mhm. Mhm. Gott. Nicht komplett, nur mal auf YouTube. Aber, ja, war ganz witzig. Fand ich mega gut. Versuch's doch einfach noch einmal. Hallo und, heute ist ein furchtbarer Tag. Furchtbar. Ich kann auch nicht reden. Ich kann nicht reden, ich kann nicht spielen. Das ist alles scheiße, Leute. Alles ist heute scheiße. Ich war gestern im Film, da geht's um Hitler. Der war ja nicht scheiße, der war großartig. Am Ende war er scheiße. Ne, war ja nicht. Aber die Scheiße. Der Film war großartig. Endet. So. Video ist zu Ende. Tschüss. Hat mich jetzt noch jemand targetet, ne? Ne. Mh, mh. Du behinderter Blockflötensohn. Hau mir ab. Du scheiß Blockflötensohn. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Nicht noch einer. Ne. Mh, mh. Ist nicht. Da ist jetzt ein Schwert runter und mit dem kill ich ihn. Ja, ihr dummen Missgeburten. Enjoy my skill hour. Du hast verdient zu sterben. Und du vor allem. Du hast mich getargetet. Kommt ihr blöden Missgeburten. Die. Und du nicht. Du konntest es abhaben. Und du. Okay. So. Damit ich die blöde Misset mal los bin. Ah. Hat mich geboostet. Wie gesagt, ich bin ja overprone Minecraft. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Es ist doch verpistet. Versuch's doch einfach noch einmal.